Im vorherigen Video haben wir darüber gesprochen, wie man seinen privaten Schlüssel sicher speichert. Heute berechnen wir sichere Aufbewahrung der Passwörter und persönlichen Benutzerkonten und E-Mails. 1. Verwenden Sie Dienste zum Generieren komplexer Passwörter. Betrüger verwenden einfache Algorithmen, um Postfächer zu hacken. Daher empfehlen wir Ihnen, Dienste zur automatischen Passwortgenerierung zu nutzen. 2. Verwenden Sie keine bedeutenden Namen und Daten. Betrüger können ganz leicht solche Passwörter errechnen. Hier sind einige Lifehacks, die Ihnen beim Erstellen eines Passworts helfen können. Verwenden Sie als Passwörter Fachbegriffe, welche der breiten Öffentlichkeit wenig bekannt sind und versuchen Sie diese komplizierter zu machen. Die Worte Palatalisierung der Velare können in das folgende Passwort umgewandelt werden. Verwenden Sie nicht offensichtliche Daten, zum Beispiel das Datum Ihres ersten Darts mit Ihrer großen Liebe, aber bitte keine Hochzeitsdaten, denn diese sind wiederum öffentlich leicht zugänglich. 2. Wie speichert man seine Passwörter? Nachdem Sie gute, komplexe Passwörter für Ihre wichtigen Benutzerkonten gefunden haben, müssen Sie diese speichern. Das Passwort sollte man direkt an mehreren Stellen speichern. Wenn Sie Ihr Passwort auf einem im Internet verbundenen Träger speichern, können Hacker dies ausnutzen. Besser und sicherer lassen Sie sich die Passwörter mithilfe von speziellen Speicheranwendungen aufbewahren. Sie funktionieren wie ein Safe. Um auf den Speicher mit allen Passwörtern zugreifen zu können, muss der Benutzer ein Masterpasswort eingeben. Wir empfehlen, eine dieser fünf Dienste dafür zu nutzen. Pass, Dashline, Soho Vault, DG Password, KeyPass.